Musik 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 Machen wir es halt einfach so. Nachdem er auch keine Flieger mehr hat, kann ich den ja eigentlich auch opfern. Brauchen wir ja nicht mehr. Der fällt sogar drauf rein. Der hat eine Co-Power. Okay, das heißt ich muss einen Schritt mehr drauf rechnen. Ich will nicht, dass der den ersten Schlag kriegt. Und dem brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, der ist nächste Runde weg. Sparen wir nochmal ein bisschen. Den hier kaputt zu schießen wäre jetzt auch sehr verlockend. Aber der hier ist mir erstmal mehr ein Dorn im Auge als der andere. Das war ja jetzt sehr schlau. Das Ding direkt vor meinem Schlachtschiff auftauchen zu lassen. Wirklich sehr schlau. Man muss die KI nicht unbedingt verstehen, oder? Oh nein, 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 nicht schießen. Ich bin besetzt hier. Wovor habe ich eigentlich Angst? Das ist Kanbei. Wir geben jetzt vielleicht sogar noch ein zweites Ziel, damit er vielleicht den Jäger angreift, wenn er blöd genug ist. Und tschüss, Raketenwerfer. Ah, schön mit dir. Super Co-Power. Ich habe noch zehn Tage Zeit. Oh, er greift sogar wirklich meinen Jäger an. So blöd hat er sich echt noch nie verhalten. Also dann, tschüss. Letztes Ärgernis auf der See. Okay. 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 So, jetzt geht es nur noch darum, die letzten paar Städte hier zu besetzen und dann so viel Geld wie möglich in Bomber zu investieren. Am Schluss dann mit einer Super Co-Power seine Base rushen. Das ist alles, was wir jetzt noch machen müssen. Take her. good. Take c Like. Hm, wenn wir unterwegs schon wieder was da haben, dann nehmen wir es doch gleich mit. So, rutsch, rutsch. Dann ist der EPC auch weg. Ich habe noch 8 Tage Zeit und seine Einheiten stehen so schön geknübbelt da. Jetzt muss ich bloß schauen wo ich Reichweitengrenze von seiner Missile ist. Das müsste genau passen. Yep. Okay. Ich muss nur schaffen in einer Runde beide Flak-Einheiten und die Missile kaputt zu schießen. Dann habe ich es sowieso schon geschafft. Oh, er spreaded aus. Ach. Das muss ich jetzt ausnutzen. Samurai Spirit. Kann man jetzt in der nächsten Runde sowieso nicht wirklich was anhaben. Okay. Okay. Wir geben ihm einfach nochmal ein paar zusätzliche Ziele für seine Missile. Moment. Wenn eine Infanterie da drin ist, dann hat die ziemlich hohe Priorität. So, in den nächsten Tagen muss ich jetzt nur noch aufräumen. Deine Person. Und du kannst jetzt da rein. Der greift sogar wirklich den Jäger an. Und mit dem Missile schießt er nicht, weil die noch nicht voll geheilt ist. Ja. La. Who? So, jetzt einfach alles auseinandernehmen, was gefährlich ist. Und wenn wir mit den gefährlichen Sachen fertig sind, dann können wir auch mal den ganzen Rest wegmachen. Das bringt jetzt nichts, denke ich mal. Und ich habe sogar nicht mehr genug Kohle für einen weiteren Bomber. Aber ich kann auch gerade nichts einen. Jaja, hat noch eine super. Als ob ihm das jetzt noch was bringen würde. Er kann seine Einheiten sowieso nirgends hinbewegen. Zumindest nirgends, wo es ihm was bringt. Es bringt ihm nur die 10% Defensivbonus, die er dadurch kriegt. Aber ich sollte langsam mal Finne machen. Ich habe schließlich nur noch 4 Tage Zeit, aber so langsam sind ja auch alle Bomber dort, wo sie sein sollen. Das heißt, jetzt sollt's langsam... Das sollte ich vielleicht lieber bleiben lassen. 7% ist mir ein bisschen zulässig. Das kann in The Wands Wars Dual Strike. Hätte ich das jetzt gemacht. Aber... Wir sind ja hier in The Wands Wars 2. Daher. 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 Hmm, 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 hmm. Hmm, jetzt hat er noch sein U-Boot abgetaucht. Na, wenn er es so machen will. Ich kann auch anders. Ist jetzt mal das Labor, wenn er es so haben will. Alles andere kriege ich ihm jetzt sowieso kaputtgeschossen. So, und fertig. Jetzt gibt es den Siegesmarsch für Kanbei. Oh, wow, er hat mir nochmal in meinem Schlachtschiff zwei HP abgezogen. So, nach dem Siegesmarsch nochmal einen kleinen Morale-Boost. Und, fertig. 299, ein S-Rang. So.